Mein Name ist Guy und ich komme aus Cameroon. Hallo, ich bin Marta und komme aus Italien. Warum komme ich in Kiel? Ich studiere seit ungefähr dreieinhalb Jahren Elektrotechnik an der CAO Kiel. Das International Center hat mir sehr gut geholfen, vor allem bei der deutschen Bürokratie und den alltäglichen Höhen. Die gute Betreuung ist mir sehr wichtig und man hat immer einen Ansprechpartner, der immer da ist. Kiel hat auf jeden Fall eine sehr angenehme Große. Man kann durch die gut ausgebaute Radwege überall und schnell mit dem Fahrrad in kommen. Kiel hat tatsächlich viele und wunderschöne Strände und man ist quasi zu Hause, wo andere Leute Urlaub machen. In Kiel kann man viele Wassersportarten ausprobieren, wie zum Beispiel Rudern oder Segeln. Und man kann mit Booten von der Universität, begleitet von erfahrenen Skipper und anderen internationalen Studierenden, tolle Ossetour machen. Kiel ist eine sehr schöne Stadt, und ich fühle mich hier wie bei Hause. Kiel ist definitiv ein speziell Ort, so wie Dinge zu tun, in deinem Freestzeit. Die erste Sache, die mir in die Kiel ist, sind die Farben und Blüe. Blüe, weil wir viele Parken und Före wo man einfach mit deinen Freund zu essen, und Blüe, weil Kiel ist alles zu sein, bei der Meer. In Mexiko, wo ich komme, wir haben auch den Osten, aber hier haben wir das Nordische Wetter. Es wunderschöne, sehr wunderschöne. Ja, der Zeit läuft. Und die Wahrheit, ich freue mich sehr mit meiner Leben hier. In Kiel zu studieren heißt, ganz nicht an der Forschung zu sein. Ob an der Technischen Fakulität oder im Biologiezentrum, die Uni Kiel hat eine sehr gute Ausstattung. Als Biologiestudentin bin ich voll und ganz in die Forschung eingebunden. Durch die Nähe zur Praxis werden wir hier optimal auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Auf die Mittel zum Kiel zur Kirche Und wenn da ist so viele aktiviere in Kiel, gab es nur eine grundsung zu sein, hier ist ein Grunde zu sein, um hier zu lernen. Ich bin auf der Technischen Fakulität von Engineering und Universität Kiel. Ich habe die Fernseher im Master dasand, und ich habe einfach gelöstert. Ich habe alles in der shock, die ich um für die Darwkeinung meine Doktorze zu in der Bibade. On top of that, every faculty has its own research library. When I don't feel like studying anymore, I go for a coffee and sit in the sun. Ja, ich muss schon sagen, dass ich hier in Kiel Freunde für mein Leben gewonnen habe. Einsam fühle ich mich eigentlich nie. Heimweh gehört natürlich zum Leben. Aber ich muss schon sagen, dass ich hier in Kiel angekommen bin. Wer weiß, vielleicht bleibe ich hier in Kiel für das ganze Leben.